da hat diese starken abenteuer untergetaucht im darauf folgenden getränke entkamen zwei männer es heißt dass sie noch hat der flucht auf jeden fall bewaffnet gefährlich und vereinbereit sind doof verbleibende wegel erhalten eine heldenstufe und wir ach guck mal da ist das wegelager ok habe ich die gilde jetzt eigentlich schon ich habe sie fast fertig der schmied war der fertig wird das unterbrennen offen unsere auslösung auf hochglanz poliert der schmied ist fertig ich freue mich jetzt kommt also als es ist die gilde der waldwerber braucht auch glaube ich bloß auch die immer bloß die dinge hier würde ich gerne mal sehen was du noch so kannst and over come das ist blöd also das hier finde ich gar nicht so schlecht also mindestens wird mindestens 15 gelinderter stress das hier ist echt eine blöde fähigkeit das finde ich jetzt auch nicht so schön dass sie bei mir sowieso auf position zwei kämpft wie weit kann ich das noch untertreten muss ich mal schauen und davon bin ich wappen finde ich eben was nach auf jeden grad welche wird schon fassen den stress sollten wir gleich mal wir können dir hast du dir verdient ich würde sagen ich auch mal hier ist auch mit ihr warum eigentlich sorgen müsste ich es aufgefallen toll okay ich habe 12 ich habe eigentlich noch vier leute ich könnte noch auf ein abenteuer gehen und er hat der fähigkeit und dem wunsch ist dann habe ich gut du hast jetzt endlich aufgerüstet das ist echt teuer die habe ich auch maximum habe ich die hier maximum wachhund ist vielleicht sogar wäre eigentlich eine bessere fähigkeit für ihn die jetzt erklärte ich werde ich doch lassen sollen habe ich noch irgendwas was ich nicht brauche so wie das ist eigentlich was toll ich finde die quaren haben wir überhaupt noch eine ist eigentlich also grob war aber ich gehe wo ich eigentlich ach warum warum ich in der mitte die nicht angehen kann 10 ausweich ach habe ich schon die kerze des lebens okay zurück zur gilde aber bevor ich die fähigkeit mache sollte ich eigentlich kann ich die schmiede eigentlich verbessern ich schmiede ist schon verbessert nur die besterung hält mit dem strapazen stand herrungenschaft freigestellt aber ihr seht ihr ja 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 da kann bisher nichts ist zu restlichen sache bald immer kurz oder brauchen wir noch besser schwert kriegst auf jeden fall die rüstung nötigste haben wir schon mal ein hauch frischer luft in den tunneln doof ereignis das ist ein lager sich lieber das und was haben wir mehr erzählen aktiviert was das denn was geht ist bisher kann sanfte strömung obwohl das könnte ich vielleicht kombinieren sanfte strömung ich glaube dann haben wir danach hinter das müsste nicht so passen was hast du für sachen hier wo weniger heilfähigkeit ist eigentlich nicht perfekt aber was hast du so nachhaltigkeit weniger heilen der hals ähnlich mehr chancen weniger mehr chance tugend weniger stress mehr widerstand gegen todesstoß finde ich gut weniger gifte auch weniger bluten das ist egal wird schon passen ok machen wir es doch einfach mal zirbeldrüse ok verkauft diesen mist hier und los geht's die eine explodieren wenn sie so lange ignoriert werden warum wird mir das gesagt ich will keinen sammler haben ich weiß ich weiß habe ich überhaupt bin ich im kopf kommen die sammler gibt es die immer alle bischlecht das kleines place sind kuriositäten aber es ist keine keine questziele wir haben sehr viele karten kämpfe das missfällt mir jetzt schon die hexe muss weg ouchi komm mal her ich habe auch gar kein licht macht sich dort das war die rache und einmal loswerden geht auch schön verquetschen gar nicht schlecht für den anfang okay mach du mal auch jetzt hier gemacht schade ich hatte schon mal glück dass ich gleich am anfang was erkundet habt das war ein guter anfang ist ist Vielleicht reicht es ja schon. Ach, schade, dass er reichen wird. Das hält er aus. Und jetzt ist er sichtbar. Und das ist sein Ende. Die oberste Priorität, die dich stress machen. In langen Quests sind die jetzt schlimmer. Die oberste Priorität, die sich in die Nähe des Vorgangs verletzt. Zuerst die Anstrengung! Zerstör sie alle! Ja, du bist die Beste. Ach ja, das macht ja Licht richtig. Das Licht ist die Anzeige, die auf sich selbst kümmern. Das Licht, die Vermietung der Sicherheit. Diese Dinger finden. Die Frage ist nur, sind die in Räumen oder sind die so verteilt? Das sind nur Kuriositäten. Oh. Überraschte Tiefsee-Giranias. Daher kannst du doch mal deine... ...deine speziellen Fähigkeiten einsetzen. Ein Singular-Strike. Wow. Und du versaust es wieder. Du mit deinem scheiß schartigen Schwert. Wow. Alter. Oh, ich hab zwar überhaupt nichts für gebracht, aber egal. Jetzt hätte ich das gebraucht. ...destroyed. Wow. Wow. Ich würde mal sagen, einmal Helgen für alle. Und einmal töten. As victory is mount, so too will resistance. Okay, da soll ich leben. Ist das jetzt erkunden? Ich brauche eh Licht. Okay, ich geh mal nach unten. Ich muss wissen, ob das Sachen sind, die... Ja, endlich mal ein bisschen Platz. Ich hab noch elfmal. Ich kann auch zweimal essen. Aber mehr auch nicht. Ist das ein blutiger Rucksack? Welche Tage zur Seite? Hatten wir schon. Komisch, dass die Tagebücher immer zerrissen sind und hundertfach vorhanden. Die haben aber lieber nichts zu schreiben, glaube ich. Okay. Ah, okay. Ihr wisst, was das heißt? ich habe keine jemalser bekommen immer noch mein ich verstehe von der machen die mal jemanden machen die schwer fisch und er macht eine heilige das zieht ihr nach vorne der sperrfischen und umständen jetzt bist du leider ich glaube dieses donald ist echt schlecht obwohl schaden ist erhöht es ermöglicht so ist das momentum push on to the task ich habe mal das weg okay mal sehen lehrer raum nur eine kuriosität hindernis wir schauen rein und hauen ab nur eine kuriosität okay wo ist doch über stimmt nicht also hat man nur nach links gewusst aber das weiß ja vorher nicht hin und das haben wir jetzt mehr als genug um es weg zu räumen nicht mehr ein anderer mariner ein anderer missfortune ist das eine falle? okay so lange brauchen was zu essen und licht ist auch so eine sache gerade also ich finde heilen kann da irgendwie gerade richtig gut ich wollte auch mal heilung jetzt mr lebner ja das kann er gut du bist als nächstes tot ausnahmsweise heilig mal das war aber scheiße geheilt das war das war besser geld schau mal wie es geht dass viel muss weg genau deswegen das ist besser mehr davon töte ihn jetzt hat noch problem ich würde die ausbluten fähigkeit ist perfekt für die das hält er aus wenn es kritisch wird kann er sich immer noch selber machen machen wir uns erst mal um den hier die guten fähigkeiten um einiges noch verstärken wir haben so viel abgesehen so einmal ausbluten bitte hat nicht geklappt leider so es ist jetzt noch die beine helfen ist nicht schlecht hat so spart das lange sich tatsächlich dann irgendwann ein bisschen behandlungskosten oder saufkosten je nachdem das was kann auch so momentary er kann ihn auch noch einmal angreifen dann ist er tot das ist ein letzter angriff beim nächsten messer verblutet ja den kann man nicht schnell wenden das empfängt einheiten wie lange hält denn das noch wir haben es auf ihn abgesehen noch mal dran bitteschön das ist weniger geworden gemeint da kann ich nur mit vordersten er ist wirklich auf ihn abgesehen er hält sich eigentlich die ganze zeit nur also vier von denen die sich ständig gegenseitig schützen werden echt nervig wenn er noch ein lot der noch zusätzlich geschützt werden oder drei von denen und ein heiler der finde ich geschützt wird wer auch nicht so prickelnd kritische sekunden kuriosität questort immerhin sagen wir gehen erst mal zum questort ich komme wieder ne ich will nicht hier reinschauen hindernis da ist nur ein schatz du hast nur ein kampf da ist ein questort ich gehe zum questort gut schön dass du vorne stehst das ist doch einer von der als waffenen mannschaft ich weiß nicht was das pikaner habe ich aber er sieht mir wirklich unerträglich ist nicht klingt schon mal schön ich habe schon schlechtere spiele gehört ach lass ihn doch da blute doch ich schon was sagt man dass er ein bisschen mehr kann aber ich will ach der den geschützt ach das habe ich vergessen upsie egal aber den da weg ich dachte ihn erst genommen ja ich muss auf die zeichen achten wohl trotzdem wird es mal sie sie ist tot einmal heilen ich kann da kann ich gebrauchen seltsamer tanz ich glaube das was ist grauen der macht stress schaden ununterbrochen anscheinend zuerst mal was er kann und ich muss erst mal das viel loswerden ok dann betreuen wir das schade hätte er klappen können das ist natürlich eine scheiß kombination ich muss das mal her nur noch etwas ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja das ist wie du würdest du ich bin ja es nicht ich bin ja 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 Das ist nicht so schlimm, als wenn er ihn schützt. Okay, kannst du ihn betäuben? Eher nicht. In dem Fall... Oh, der hält nicht viel aus. Hätte ich wissen, müsste ich ihn direkt angegriffen. Das ist nicht so schlimm. Kommst du ran? Gut, dann... Ja. Kipp von deinem scheiß Fass. Okay, kein Krustenwald, das ist gut. Daneben, daneben. Und jetzt hau ihn zu Klumpen. Los! Jetzt bist du alleine, jetzt hast du ein Problem. Das Grauen hält noch ein bisschen. Okay, das Grauen ist schon mal weg. 34, 40... Du bist super! 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 Da tauscht mal mit ihm jetzt. Töte ihn! Äh... Übersetze sich, dass Überconfidence ist slow und insidious Killer. Hm... Ich überlege, muss ich eigentlich nochmal lagern? Bei einer und für sich muss ich das nicht. Ich nehme lieber das mit. Ich habe eh kein Essen. Und daher wäre es wirklich blöd, so lagern. Oh, schon wieder so ein Gast. Aber erstmal muss der Diener weg. Aber wenn ich es diesmal nicht so ein... Ja, Diener muss weg sein. Du spielst Scheiße! Oh, jetzt ist der voller. Das Vieh muss auf jeden Fall weg. Und jetzt muss der weg. Der hält nämlich nicht lange. Gib sie ihm! Ja, Bonus-Schaden gegen ihn kann das sein. Äh... Der macht jetzt wahrscheinlich gleich einen Angriff auf alle wieder. Oh, wenn er blutet, ist er tot. Ja, tut er aber nicht. Ach, ich bin jetzt da, da hinten. Dann hole ich halt dich vor. Absehe, er macht sich ein komisches Lied nicht. Ah, dann macht er doch schade. Gut, dann tötet ich ihn zuerst. Die Zahl hat sich eh schon gemacht. Du bist super! Oh, ich bin jetzt da hinten dran gekommen, von daher. Komm mal her! Ah, zu geringe Chance zu treppen. Ah, der Stress nimmt doch zu. Kann ich leider nicht abschreiten. Die Wälder der Krieg können sich erhebt, aber nie geblieben. Ich muss hier noch zweimal gegen den Komikast-Kämpfen. Boah, ich habe einfach zu viel Kram. Wieder habe ich die Ohne-Knochen nicht eingesetzt, weil ich so klarer bin. Ich kann nicht davon nur so wenig nehmen, das ist ja total scheiße. Äh, okay. Porträts sind wichtig, gerade. Hier ohne X lasse ich mal, da lass lieber das Geld hier. Ich riskiere es einfach mal. Ich muss hier anlegen. Ich will die Ohne-Knochen immer für wichtige Sachen aufsparen, aber... Hey, hatte ich nicht... Oh, ernsthaft? Ich kann nur drei davon nehmen. Kann doch sein, dass ich das Licht und Umständen nicht mehr brauche. Ich kann es nicht genau sagen. Ja, Mut zur Lücke. Äh. Okay. Questort. Oh, okay, da oben ist es schon zu Ende. Gut. Boah, warst du eigentlich mit 1,77%? Du hast doch vorhin noch so wenig. Nur ein Questort, okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay, ich hau ab. Eh, noch was Schlimmes passiert. Ich hab das gewusst, ich hätte das Essen weggeschmissen. Aber das gleich ein bisschen mehr. Also 17.000 und 8 Büßen, 48 Waffen. Also Waffen nehmen wir echt viele ein. Vielleicht soll ich so ein bisschen... The frothing waters subside. The advantage is ours. Also 17.000 und 8 Büch. Also sind wir,